Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Markenrobell-Podcast-Folge. Mein Name ist Domin Müller und wir werden heute in dieser Folge ein kleines Special machen. Vielleicht weißt du noch, eine 5, 6, 7 Folgen vor dieser Folge hat mich der Jakob angerufen und hat mit mir ein Gespräch geführt und irgendwann hat er gesagt, hey, lass uns das Ding aufnehmen. Und jetzt haben wir das ganz spontan gemacht und ich verlinke euch die Folge auch in die Show Notes nochmal und ich habe erzählt, wie wir gerade Genius Alliance aufbauen und aufgrund dieser Folge habe ich ganz viele Zuschriften bekommen und wurde gebeten, hey, kannst du das ganze Thema noch ein bisschen ausklappen, also was macht ihr da genau und das wollte ich heute hier zum Besten geben und in diese Podcast-Folge gießen. Deshalb, wir machen eine Kurzunterbrechung und dann geht es auch schon los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle für die vielen Zuschriften. Das freut mich natürlich, dass euch das Thema interessiert und ich die Chance habe, jetzt hier nochmal eine Podcast-Folge zu machen, um euch von diesem Passion Project einfach nochmal ein bisschen mehr zu erzählen. Was passiert gerade hinter den Kulissen? Wir haben, und das haben wir auch ordentlich gefeiert, letzte Woche die Genius Alliance GmbH gegründet und das war für uns der Startschuss dafür, dass wir gesagt haben, jetzt starten wir dann natürlich auch offiziell. Und das, was wir mit diesem Netzwerk, was es ja eigentlich ist, vorhaben, lässt sich in wenigen Sätzen eigentlich ganz gut zusammenfassen. Denn wir haben uns gedacht, wir bauen die erste digital, also ausschließlich digital agierende Unternehmensberatung überhaupt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie viele Unternehmensberatungen gibt es im Markt. Das sind irgendwie 20.000, roundabout, mit 34 Milliarden Euro Umsatz. Allen voran Roland Berger mit 600 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Und nur, um einfach mal so eine Vorstellung zu haben, wie groß der Markt ist. Und wir haben einfach mal geguckt, wie wird das Thema Digitalisierung, digitale Transformation oder Digital Leadership auf den Webseiten behandelt. Welche Interviews gibt es da bei YouTube und Co.? Und uns ist einfach aufgefallen, irgendwie spürt sich das ganze Thema nach nicht ausreichend Kultur an. Also eine digitale Unternehmenskultur haben wir vermisst und genau da wollten wir ansetzen. Was bedeutet digitale Unternehmenskultur? Es ist natürlich klar, dass wenn jeder nach Digitalisierung ruft und jeder das ganze Thema natürlich braucht, gerade in Zeiten der Krise, der Corona-Krise, ist jedes Unternehmen darauf bedacht zu sagen, okay, wir wissen nicht, wie das Ganze weitergibt. Gibt es noch eine zweite Welle? Gibt es noch einen Lockdown? Wie lange müssen wir unsere Offline-Aktivitäten einfrieren oder so weit zurückfahren? Und wie können wir vor allen Dingen digital hochskalieren? Das ist natürlich eine interessante Fragestellung, auf die natürlich auch Unternehmensberatungen reagieren. Sonst wären sie ja keine Unternehmensberatungen. Aber die Frage ist, wenn ich das Ganze nicht selber lebe und das ist das, was wir unterstellt haben, was kann ich dann oder wie gut kann ich dann beraten? Also es gibt natürlich verschiedene Marktmechanismen, vor allem auch im digitalen Markt, die ich anwenden kann, die ich auch standardisiert anwenden kann. Aber am Ende des Tages ist natürlich ein individuelles Konzept immer noch mal eine ganz andere Geschichte, um digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu ergänzen oder Brücken zu bauen. Denn manchmal muss auch ein traditionelles Geschäftsmodell koexistieren können, neben einem digitalen Geschäftsmodell. Und dann ist man einfach auch in der Rolle des Architekten, nämlich Brücken zu bauen zwischen diesen Geschäftsmodellen. Bis hin natürlich zur Kommunikation. Die darf natürlich nicht fehlen. Auch eine digitale Kommunikation für Unternehmen, um einfach die eigene Sichtbarkeit wieder herzustellen oder besser herzustellen, das ist natürlich dann auch noch eine Verlängerung, wenn wir über die digitalen Geschäftsmodelle oder überhaupt Geschäftsmodelle hinausdenken. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun, viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Was bedeutet jetzt nun ausschließlich digital arbeiten? Das bedeutet genau das, was es bedeutet oder was ich gesagt habe, denn wir operieren ausschließlich digital. Also wir setzen uns nicht irgendwie in den Flieger, fahren irgendwie zu einem Unternehmen hin und produzieren da irgendwelche Reisekosten oder irgendwelche aufwändigen Spesenabrechnungen, sondern unsere Idee ist, möglichst schnell rein ins Unternehmen, Aufgabenstellung verstehen, vielleicht nochmal ein Rebriefing, dass diese Kommunikation steht und dann wirklich schnell agil in die Umsetzung zu gehen. Das ist natürlich ein riesengroßer Kostenfaktor, wenn ich mich erinnere, wie das früher lief. Einmal die Woche, alle zwei Wochen in den Flieger, irgendwie Kilometer gemacht und dann sitzt du da an einem Meeting. Das ist der Wahnsinn. Dass das heute, muss man leider sagen, aber dank Corona jetzt so ein Umdenken stattgefunden hat, das ist wirklich grandios und das ist wirklich eine große Chance der Krise, diese Erkenntnis zu nutzen und da einfach auch eine andere Meetingkultur, andere Projektoperations- oder Organisationskultur an den Tag zu legen und das einfach mal zu überdenken, was man da einfach an Kosten einsparen kann. So, das bedeutet, wir wollen schnell agil an den Markt und den Unternehmen helfen und wie machen wir das? Genius Alliance hat zwei Angestellte, nämlich die Katharina und mich, das heißt, wir sind die Gründer des Ganzen und wie der Name schon sagt, es ist eine Allianz, ein Netzwerk, das heißt, alle Mitglieder in diesem Netzwerk sind im Grunde völlig frei, haben ihr eigenes Unternehmen und machen ihre eigenen Projekte, aber haben sich bereit erklärt zu sagen, okay, wir arbeiten im Team auch gemeinsam an Digitalisierungs- oder Digitalprojekten in Kooperation zusammen. Das sind alles Fachleute, Leute mit Digitalkompetenzen, mit mindestens zehn Jahren Erfahrung in ihrer Spezialdisziplin, die dann für das Unternehmen einstehen und gemeinsam mit uns dann in der Hauptorganisation, in der zentralen Koalition kollaborativ zusammenarbeiten. Und all das findet digital statt. Also das ist auch das, was uns tatsächlich begeistert, wenn man verschiedene Arbeitsmethoden ausprobiert, über viele Jahre hinweg getestet, wie dokumentiert man zum Beispiel Projekte, wie schafft man die höchstmögliche Transparenz durch die digitalen Tools und Prozesse, die wir einsetzen für den Auftraggeber, für unsere Klienten. Und das ist natürlich super spannend, dass du von außen im Grunde sehen kannst, wie so eine gläserne Manufaktur, wie die Ergebnisse zustande kommt und in welchen Rhythmen das Ganze stattfindet. Wir arbeiten in der Regel so in zwei Wochen Sprints und definieren dann wirklich die Ergebnisse und schauen einfach, was waren die Learnings, was haben wir erreicht, wo können wir einfach noch besser ansetzen, um den Erfolg schneller zu haben, sichtbarer zu haben oder eben auch das Learning schneller zu haben, auch zu verstehen, wie was nicht funktioniert. Auch das ist natürlich Teil dieser operativen Umsetzung oder dieser Unternehmenskultur. Was mich fasziniert, ist der Gedanke, den Markt der Unternehmensberatung einfach mal in Frage zu stellen. Also nicht den Markt, ob es die noch braucht, aber obwohl das eine ganz spannende Frage ist, ob es Unternehmensberatung überhaupt noch braucht, wo wir doch über das ganze Fachwissen verfügen können. All das, was uns eine Unternehmensberatung sagt, können wir im Internet finden. Es gibt sogar, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber das versuche ich noch rauszukriegen, dann packe ich euch das mit in die Show Notes. Das ist ein Berater, der einfach mal alle Methoden der Unternehmensberatung offenlegt und zum Download anbietet und sagt, hey, wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie ihr eure Positionierung eures Unternehmens einfach nochmal überprüfen könnt, dann gibt es eine ganz besondere Methode, könnt ihr euch hier runterladen und dann gibt es eine Bedienungsanleitung für diesen Prozess. Das heißt, die Frage, die wir uns gefallen lassen dürfen als Unternehmensberater ist, wie lange brauchen wir denn noch Unternehmensberater? Und die Idee, die wir verfolgen, ist, wir bündeln Fachkompetenzen und dann macht eine Unternehmensberatung wieder Sinn. Ich erinnere mich an einen Fall, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vielleicht so acht, neun, zehn Jahre so ungefähr, da hatte ich tatsächlich selber mal einen Termin gemacht bei einer Unternehmensberatung, wollte mich zu verschiedenen Themen informieren lassen und wurde beraten von einem Angestellten, der noch nie selbstständig war. So, und jetzt habe ich die Frage natürlich gestellt und gesagt, hey, woher kommt das Know-how, woher weißt du oder auf welche Erfahrungen kannst du zurückgreifen, wenn du noch niemals ein eigenes Unternehmen geführt hast? Also sich allein emotional einzustellen auf das, was mich als Unternehmer erwartet, das hat diese Person noch nie vorher erlebt. Das heißt, es wird einfach, oder was heißt, es wird einfacher, es wird nach Strukturen, nach Schablonen gearbeitet oder es wird auf Erfahrungen anderer Kollegen zurückgegriffen. Und da gibt es ein riesen Knowledge-Management-System in solchen Unternehmen, dass man einfach sagt, hey, hatten wir schon mal so einen Präzedenzfall, wie haben wir das da gemacht, was sind mögliche Ideen und Ansätze, die man verfolgen kann und dann ist es einfach eigentlich auch nur noch am Ende ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich, finde ich, also ich habe die Erfahrung da noch andersrum gemacht, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich mit einem erfolgreichen Unternehmer spreche, der mich entsprechend beraten kann und natürlich auch schon ein paar Jahre nachweisen kann. Also von einem Startup-Unternehmer beraten zu werden, Unternehmer fragen, weiß ich nicht. Also mag sein, dass die Expertise über Fachwissen angeeignet wurde, aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht wirklich dran. Ich finde aber die Idee cool zu sagen, ich habe nicht einen Personen, wie nennt man das, so einen Personalapparat, den ich jetzt einfach umschule auf Digitalisierung, sondern gerade in digitalen Fragen, und das ist für mich eine Investitionssicherheitsfrage, also wie schütze ich die Investitionen meiner Klienten, indem ich mit den Besten arbeite, indem ich wirklich im Netzwerk nach den Besten suche und mit den Besten am Projekt arbeite, nehmen wir das Thema künstliche Intelligenz oder App-Entwicklung oder du willst eine Plattform entwickeln, du willst innovieren, selber für deine Branche Innovation entwickeln, dann musst du mit Leuten arbeiten, die das irgendwann schon mal gemacht haben. Du brauchst in deinem Team diesen Erfahrungsschatz. Und wenn wir uns in den Unternehmen umschauen, dann gibt es natürlich viele Fortbildungen, was ich super finde, ich liebe es, Menschen zu befähigen in Unternehmen mit, oder die eigenen Digitalkompetenzen aufzubauen, weiterzuentwickeln, finde ich super wichtig, dass es einen Riesenwert den Unternehmen heute schaffen können. Ich habe in der Zeitung gelesen, es gibt einen Unternehmer, leider auch wieder Namen vergessen, der hat gesagt, meine ganze Fabrik steht still und ich werde jetzt diese Zeit nutzen, meine Mitarbeiter auszubilden und fit zu machen für digitale Herausforderungen, für die Herausforderung der Digitalisierung oder des digitalen Wandels, in dem wir unterwegs sind. Mega coole Idee. Also diesen Vorsprung sich anzueignen, einfach den Slot zu nehmen, den wir jetzt irgendwie alle ja zur Verfügung haben. Das finde ich eine wirklich mega coole Idee. Das heißt, die Befähigung der eigenen Leute ist eine Riesenempfehlung von mir. Wirklich eine Riesenempfehlung von mir. Und was mich sehr freut, ist, dass die Mitarbeiter in der Regel sehr aufgeschlossen dem gegenüberstehen. Was ich allerdings brauche, ist eine gewisse Anleitung, ein gewisses Mentoring. Und da kommen wir ins Spiel, dass wir mit unseren Digitalkompetenzen, weil wir es einfach schon mal gemacht haben, weil wir schon gewisse Erfahrungen mitbringen, quasi solche Projekte in einer Art Supervision begleiten können. Also wir können im Grunde dieses Mentoring übernehmen und auf die möglichen Stolpersteine oder auch Abkürzungen hinweisen, die es einfach dann ermöglicht, dass die Investitionen viel effizienter eingesetzt werden können, als man das in einer Try-and-Error-Nummer machen müsste. So wie man sich ja in jedem neuen, innovierenden Projekt herantastet an eine mögliche Aufgabenstellung oder Lösungsfindung. Genau, also das ist unser Ansatz. Und wenn wir über digitale Kultur sprechen, dann ist es genau das, dass wenn wir die Digitalisierung in Unternehmen bringen wollen, müssen wir sie selber leben. Das ist einfach ein Gesetz. Wir können die Mitarbeiter nicht in einen Akzeptanzschaffungsprozess involvieren, was ein wirklich wahnsinnig wichtiger Prozess ist. Ich muss die Mitarbeiter hier mitnehmen. Ich kann nicht einfach hergehen und sagen, hey, heute ist Montag, heute setzen wir ein neues Tool ein und alle machen mit, sondern ich muss die Mitarbeiter und ihre unternehmensinternen Kompetenzen mit ins Boot nehmen. Ein super wichtiger Prozess wird leider sehr oft unterschätzt. Also es gibt eine Studie, die besagt, dass ca. 95% der Change-Prozesse in Unternehmen scheitern, weil die Kommunikation nicht funktioniert, weil der Wissensaustausch nicht da ist, weil nicht informiert wird, warum digitalisieren wir, was digitalisieren wir, was verstehen wir überhaupt unter Digitalisierung, welche Prozesse werden sich ändern. Die Mitarbeiter haben oft Angst, werde ich jetzt weg digitalisiert, rationalisiert, wird mein Job ersetzt durch irgendeinen Roboter oder durch eine künstliche Intelligenz. Da gibt es ja die wildesten Vorstellungen, die allesamt berechtigt sind natürlich und ich einfach hier auch Aufklärungsarbeit machen muss. Super, super wichtig. So, das heißt, die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen und diesen Prozess zu initiieren, wie gesagt, in der Begleitung, das finde ich extrem wichtig. Wir haben uns gedacht, wenn Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, könnt ihr mal checken und das biete ich euch hiermit auch sehr gerne an, könnt ihr mal checken, wie sieht mein Unternehmen aus, wie digital bin ich aufgestellt, gibt es hier noch Entwicklungspotenzial, dann ist unsere Vorstellung zu sagen, hey, wenn wir nichts mehr für euch tun können oder für dich tun können, weil du einfach schon so super unterwegs bist, dann gibt es einen Check, wenn es sowas überhaupt noch gibt. Ich finde sie ergießt einfach nur cool. und dann schreiben wir da das Honorar drauf und dann kriegst du das Honorar zurück. Also das finde ich einfach super fair. Und gerade weil im Digitalen so vieles so transparent ist, finde ich also diese Fairness auch höchst angebracht, so einfach zu sagen, hey, wenn wir im Moment nichts tun können, dann sollst du dann das Honorar zurückbekommen. und wenn wir in zwei Wochen, äh, in zwei Wochen, in zwei Jahren uns nochmal sprechen und wir können dann was tun, dann ist auf jeden Fall auch ein Vertrauensverhältnis da. Und das ist uns ganz wichtig. Gerade im Digitalen ist das Thema Vertrauen eine ganz wesentliche Währung. Wir wissen alle, ohne Vertrauen kauft kein Kunde. Und gerade im Digitalen, wo ja jeder sich einen imaginären Porsche vor das Haus stellen kann, ist es natürlich extrem wichtig, dieses Vertrauen wirklich herzustellen. Und, ähm, ja, also wie gesagt, das hat mich von Anfang an begeistert, die Idee als Netzwerk zu agieren, deswegen auch Alliance, und, ähm, im Grunde nicht die Abhängigkeit zu haben, äh, dass man jeden Auftrag annehmen muss. Ja, vielleicht kennst du das selber aus deinem Unternehmen, gerade wenn du so in den Anfängen bist, baust du gerade was Neues auf, wäre schon gut, wenn ein bisschen Umsatz reinkommt, dann musst du das annehmen. Und es passt aber irgendwie nicht, jetzt nicht so 100 Prozent dein Lieblingskunde. Und, äh, dem wollten wir uns einfach, ähm, nicht hergeben, dass wir einfach gesagt haben, hey, diese Genius Alliance ist einfach so ein Add-on. Wir müssen nicht, aber wenn wir tolle Projekte, äh, finden oder tolle Unternehmen finden, die mit uns arbeiten wollen, dann, äh, werden wir das gerne tun. Für welche Unternehmen arbeiten wir? Vielleicht, äh, äh, das auch noch. Es wird heute leider so eine kleine Dauerwerbesendung, aber es ist vielleicht auch ganz interessant, wenn ihr gerade im Gründen seid, ähm, wie kann sowas aussehen oder vielleicht auch in einer Branche unterwegs seid, die schon so alt eingesessen ist, wie die Unternehmensberatung, ähm, ähm, dann, äh, sind vielleicht die ein oder anderen, äh, äh, Infos oder Anregungen hier, äh, äh, ganz wertvoll für dich. Ähm, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Das ist, wenn man Podcast-Folgen macht und sich kein Script macht, wenn das ja irgendwie alles mit heißer Nadel gestrickt ist. Und bitte macht solche Podcasts. Das ist immer wieder meine Empfehlung. Äh, einfach raus mit dem Zeug, ohne euch da groß in den Kopf zu machen. Ähm, ähm, ja, egal. Vielleicht komme ich noch drauf. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, äh, könnt ihr gerne ein paar Fragen stellen, äh, zu dieser ganzen Geschichte. Oder wenn ihr mitmachen wollt, vielleicht auch gerade der Aufruf, äh, du hast irgendwie eine Digitalkompetenz, ein Spezialgebiet, in dem du richtig fit bist, schon seit mindestens zehn Jahren Erfahrung sammelst und operativen Projekten arbeitest, dann melde dich bitte gerne bei uns. Also wir sind, äh, immer wieder, äh, also wir freuen uns immer wieder, neue Teammitglieder bei uns aufzunehmen und, äh, kuratieren da schon auch sehr streng, ja, weil gerade mir ist extrem wichtig, ähm, dass wir nicht so salopp und schnell sagen, hey, Thema Digitalisierung ist überhaupt kein Problem. Ich war irgendwie auf zwei Wochenendkursen, das läuft, ja, ich bin mit Computern aufgewachsen, kann ich jedem beibringen. Also das ist es nicht, sondern das sind wirklich, ich sage immer Hochleistungssportler, also nicht die sagen, ich mache das hier irgendwie nebenher, äh, aber Hochleistungssportler heißt auch nicht, also wir haben auch durchaus Hochleistungssportler bei uns, äh, die sich das autodidaktisch beigebracht haben, also das, ähm, weil das Wissen auf einer Uni einfach nicht zu haben war, ja, und, äh, die aber schon seit über zehn Jahren wirklich für große Companies gearbeitet haben und gesagt haben, okay, wir geben unser Wissen auch, ähm, ähm, an mittelständische Unternehmen weiter. Und das ist nämlich genau unsere Zielgruppe, wir wenden uns an mittelständische Unternehmen, die sagen, boah, äh, die sagen, äh, wir möchten dem digitalen Wandel entgegengehen und was kann ich aus meinem Business noch rausholen, was kann ich noch machen, wie kann ich das transformieren, wie kann ich meine ganzen Arbeitsprozesse verändern, äh, wie kann ich das Mindset in meinen Unternehmen tragen und, ähm, ja, es ist ganz lustig, wir haben bei uns auf der Website, äh, irgendwie so ein paar Sprüche gepostet, wann du uns am besten nicht anrufst, ja, also wir, wir sehen uns nicht als Botschafter der Digitalisierung und wollen missionieren und, und, äh, irgendwie erklären, dass diese Digitalisierung einfach auch nicht mehr weggeht, ja, sondern, äh, wir sind angekommen, wir sind in der Zeit oder im Zeitalter des digitalen Wandels angekommen und, äh, wir wollen mit Unternehmen arbeiten, die das für sich erkannt haben und zwar auf C-Level, also auf Entscheider-Ebene erkannt haben, dass hier was getan werden muss und wir wollen das vor allem für Unternehmen, das, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, äh, wir wollen das genau für die Unternehmen machen, die Lust haben, äh, der Gesellschaft etwas zurückzugeben oder einen gewissen Nachhaltigkeitsanspruch haben. Damit meinen wir nicht irgendwie eine kleine Spende am Ende des Jahres, äh, fürs Marketing, damit man irgendwie in soziale oder nachhaltige Projekte investiert hat, sondern wirklich der Unternehmenszweck soll einen nachhaltigen Gedanken haben oder auch Social Business sein oder einfach auch ein Beitrag an die Gemeinschaft. Also uns engagiert man einfach nicht als Genius Alliance für, äh, für die eigene, ähm, Gewinnmaximierung, ja, sondern wir wollen für, äh, nutzenorientierte Unternehmen arbeiten, weil genau das bilden wir uns ein, machen wir auch. Ja, also das ist unser Anspruch. Ähm, also bitte nicht anrufen, wenn du irgendwie digital, äh, ähm, materiellem Reichtum hinterherhingst, äh, das ist für uns so eine sehr, sehr alte Welt, in der wir uns, ähm, ähm, äh, nicht aufhalten wollen. All right, jetzt habe ich, glaube ich, schon maßlos überzogen. Also wenn du jetzt bis jetzt durchgehalten hast in dieser Podcast-Folge, also großes Kompliment. Es war ja dann wirklich, ähm, ein, äh, Projekt von uns, was wir jetzt gerade machen. Ich würde mich total freuen, wenn du Fragen hast, äh, äh, zu diesem Projekt, wenn du, äh, interessiert bist mitzumachen. Wie gesagt, äh, freuen wir uns total. Wenn du Anregungen hast, Impulse hast, was, äh, vielleicht auch aus deiner Perspektive einfach mal beschrieben, wie verändert sich aus deiner Sicht, äh, die, ähm, die, ähm, die Branche der Unternehmensberater. Und, äh, dann würde ich sagen, einfach, äh, in die Kommentare unter die Shownotes oder eine WhatsApp schicken oder einfach eine E-Mail schicken. Kommt alles an. Lese ich alles auch persönlich. Und sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bleibt rebellisch. Ciao. 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 Ciao.